Ja, warum sollst du das Partylight Logo nicht verwenden? Es gibt hier drei Gründe speziell für Facebook, die du kennen solltest, sonst bekommst du Probleme mit dem Facebook Account. Ja, lass uns gleich starten. Hallo, ich bin der Willi und im Direktvertrieb habe ich 210.000 Monatsumsatz im siebten Monat gemacht, nur mit Facebook, ohne Freunde anzusprechen, ohne Partys zu machen. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Das Partylight Logo Nummer 1, warum solltest du es nicht verwenden, ist doppelter Inhalt. Also es gibt auf Facebook eine Regel, die nennt sich doppelter Inhalt. Wenn eine Information schon mal hochgeladen wurde und du ladest die nochmals hoch, dann bekommst du ein Problem, das heißt du wirst abgestraft. Und in dem Fall beim Logo ist das genau der Fall. Jemand hat das schon hochgeladen, da kannst du mal sicher sein bei Partylight, dass das so ist, wenn es eine Riesenfirma ist und dann bekommst du Probleme. Punkt Nummer 2 ist das sogenannte Wortmarken-Update. Partylight ist eine Wortmarke, das heißt es kann ein Unternehmensname sein oder Produktname. Und wenn du eine Wortmarke erwähnst, dann wirst du mit fehlender Sichtbarkeit bestraft. Das heißt bei Instagram und bei Facebook, wenn du in einem Posting Partylight erwähnst oder wenn es eben in einem Logo drinnen ist, der Name, weil Facebook kann auch Bilder lesen oder auch Videos, dann wirst du abgestraft. Und Punkt Nummer 3, warum du dein Partylight-Logo nicht verwenden solltest, ist Werbung. Also auf deinem Facebook-Profil darfst du keine Werbung machen, das heißt in den Nutzungsbedingungen ist geregelt, dass du dein Profil nur persönlich nutzen darfst, für persönliche Zwecke, aber nicht kommerziell. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung geht ganz anders in deiner Google-Funktion. In deinem Facebook-Account versteckt sich eine Google-Funktion. Viele, viele Menschen suchen jetzt nach Partylight-Produkten auf Google und du kannst die Menschen zu dir ziehen. Wie das geht, wie du die Funktion aktivieren kannst, dafür hast du unterhalb in meinem Gratiskurs und der heißt 110 Partner in 30 Tagen. Ja, soviel zum Partylight-Logo, alles Logo, ich hoffe schon, rock it, bye bye, ciao.